Dein Name war Land der Welt? Ich will dich etwas fragen. Ja, nur raus damit. Bist du stolz, eine Hyäne zu sein? Oder beschämt dich dein Blut? Wieso fragst du? Willst du mich testen oder so? Tut mir ja leid, aber ich bin verdammt stolz, eine Hyäne zu sein. Keiner kommt freiwillig auf die Idee, sich zu hassen. Das passiert nur, wenn man zu sehr auf die Kritik der anderen hört. Wenn du mich nicht leiden kannst, ist das deine Sache. Ich bin stolz, auch wenn das dem Adel nicht passen sollte. Selbst auf deinen Befehl wird sich nichts verändern. Denn ich tanze nicht nach deiner Pfeife. Ich gehorche nur der Königin. Genau das wollte ich hören. Hiermit genehmige ich deinen Posten als Leibwachenführer der Stellvertreterkönigin. Dieser Titel ist wie ein schützender Schild. Du bist der Ritter, auf den die Königin zählt. Und jetzt geht. Jawohl. Land, der Welt, der Ritter. Na gut, warum auch nicht? Gehen wir's an. Aber Alan, die Anhörung an. 어떤 Mehcati Wir sehen, wir sehen. diesem grande ist. wir sehen. Untertitelung des ZDF, 2020